Telefonnummern 1 Hallo, dies ist der Anschluss von Leo Meier. Nachrichten bitte nach dem Piep. Danke. Ja, hallo Leo, hier ist Pia. Ruf mich doch sobald wie möglich zurück. Meine neue Nummer ist 3489 679. Bis dann, tschüss. Frau Schmidt, rufen Sie doch bitte den neuen Lieferanten an. Die Nummer ist 56 12 14. Ja, Moment, das mache ich sofort. 3 Du, Franzi, gib mir doch mal die Handynummer von Kathi. Ja, warte. Das ist die 0174 90 34 8904. 4 Haben Sie vielleicht die Telefonnummer von Frau Eckert? Ja, die Nummer ist 79 84 1435. Danke. 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 Danke.